Wir trafen auf den ersten Video-Sniper, bauten die erste Base-Verteidigung, trafen auf gefährliche Situationen und treteten in ein Event gegen andere Spiele ein, wobei ich dann unseren Preis vor 5 gegnerischen Spielern verteidigen musste. Und am Ende des Videos gibt es wieder einen Kanal-Shoutout, also bleibt dran, lasst ein Like da und ein Abo, falls ihr dies noch nicht getan habt. I can take you there, but baby, you won't make it bad, growing sick if it is, and I don't wanna make you sad, do I make you scared, or baby, won't you take me back? Micky sagte, dass wir eventual heute angriffen werden. Und so begann Tag 3 mit der Vorbereitung für die Verteidigung. Leute, kein Problem, ich habe nämlich C4. Woher? Hat Darlins Bruder von mitgebracht, das ist ein Energy-Drink. Ich habe noch gar keine Textur in dir, ey. Ich bin wieder am Stamm. Ich gehe dann Polyfarm, glaube ich, am besten, oder? Ja. Warte, äh, ich gehe schon. So, dann gehen wir zusammen, oder nicht? Ich muss jetzt erstmal Pilzrot finden. Wir müssen so schnell wie möglich treffen, ne, weil wir haben schon eine Androhung bekommen, dass die gleich kommen und uns eingreifen. Überwaffnet euch am besten alle mit einem Morgenstern, ne? Ja, die sind by the way nicht mehr so so. Klop mal drauf, jetzt kannst du sofort testen, wie das mit dem Tauber ist. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sechs. Jo, aua. Oh, shit, unsere OP-Waffe ist genervt worden. Oh, die ist echt tot, man. Das ist ein Pinguin, Attacke, links von uns. Oh, oh, ich sehe, ich sehe, ich sehe. Dann stand der erste Gegner vor der Tür. Wer ist hier mit dem Frosch unterwegs? Keiner von uns. Gegner, Gegner, ich habe einen Gegner bei uns an der Base. Bei uns? Jo. Okay, ich hole den Jill ab und wir kommen. Offline, irgendwas mit offline. Offline only wahrscheinlich. Ah, da bist du. Weiß ehrlich. Also der Gegner ist schon ein bisschen weiter weg gerannt, ne? Ja, aber trotzdem. Okay, dann kommen wir mit dem Wolf im Pack. Er hat auch einen Morgenstern. Sie denken aber wahrscheinlich, dass das Teil jetzt immer noch so strong ist. Weiß nicht, ob der durchgezogen ist. Ich sehe ihn nicht mehr. Hat er gesehen, dass du ihn siehst und dass du ihm folgst? Ich habe ihn mehrmals draufgetreten mit dem Vorkopter, dann ja. Achso, okay. Ich schätze mal, der hat dich gesehen dann. Ja, wo muss ich denn fucking hin für Pilze? Ich bin zurück. Warte, ich habe plötzlich mal eine von den Turrets-Dingern hier. Hier eine, Hand. Am besten machen wir dann so einen kleinen Tower hier vorne, ne? Vor der Tür oder sowas. Kriegen wir Narkose-Trank-Eros rein? Oh, das wäre mega. Das wäre heftig. Ne, es gibt ab Level 80 Trank-Turrets und ab 95 Flames. Also es sind extra Turrets, die du dafür brauchst. Wir bauten also die ersten Turrets zur Verteidigung der Base. Es waren noch nicht viele. Doch, ein Anfang. Dann beschlossen wir, ein Telakuleo zu zähmen. Das Zähmen erwies sich leider für den Moment als unmöglich. Schneller. Absoluten Obi. Ich kriege Schaden. Ich kriege Schaden. Ja, ist gut. Ja, da. Ja, spring, 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 spring. Ich werde sterben. Lass dich nicht treffen. Spring, spring, spring. Spring. Hä? Äh. Versuchte gerade einen Thüler zu tellen, mir ist das nicht möglich. Warum ist das nicht möglich? Weil ihr erst so ein Special Bait braucht, womit ihr deren Lifebar sehen könnt. Und wenn die zu sehen ist, müsst ihr runterboxen. Ja, ihr braucht dieses U-T Lungen Bait. Wir beschlossen, nach Pilzbäume zu suchen. Für den Revenger-Sattel. Und nebenbei etwas zu fahren. Das ist ein Trailer-Bait. Warte, ich steig aus. Oder ich schmier. Axt, glaube ich. Wack, brauche weiter. 23 Öl. Okay. Ah! I'm ready. Let me in. Let me in! Let me in! Geh weg, Alter. Junge. Nein, der wird sterben. Ich werde sterben. Nein, nicht so schön. Oh, lamieren. Lamieren. Ah! Ich bin tot. Ich bin tot. Hitoku. Hitoku. Schnell. Ich hatte meine Knochen gebrochen. Ich konnte mich nicht bewegen. Oh, leu. Alter, Hitoku. Siehst du diese Bäume, Alter? Ja. Steigen ein. Sind das vielleicht die Dingsbäume? Es kann sein, dass es hier ist. Weißen nicht. Die leuchten hier. Ja, doch, doch. Das müssten die sein. Das müssten die sein. Normal. Habt ihr jetzt Pilzwolz gefunden? Nee. Ich hab broken bones. Oh! Ciao! Das hier sind's. Ich hab ihn nur 14 HP. Ich verliere Leben. Du gehst in die kälteren Zone, ja. 8,1. 7,8. Ja, ich werde sterben, Hitoku. Ah, ey, warte ein Dreck, ey. 4,3. 4,2. 4,1. 4,0. 3,2. 3,1. Was hat mich angriffen? Das war! Was? Was? Not again. Not again. Not again. Ah! Der, der ist vor uns. Oh mein Gott, warum sind die hier überall? Fuck. Ah! Was war das? Ein Pullover. Ich hab 2,9 HP, Alter. Oh Junge, wenn du's schaffst, mich noch so nach Hause zu bringen, ohne dass ich sterbe, Alter. Alles mögliche, egal was mich hittet, Alter. Da kann ein fucking Schaf kommen und furzen. Na, I'm dead. Ich kam also lebendig zu Hause an. Und Hitoku craftete die nächste OP-Waffe. Junge, du bist jetzt, ja, du, das sind keine, das ist wie so ne Art Bowler. Das fliegt übel weit. Das sind die Dinger, die du jetzt grad gecraftet hattest, ne? Ja, genau, genau. Dafür braucht man aber diese Royal-Ding. Oh, ne, ich hab los, was? Für jeden nochmal ein Horn oder sowas, ein Rhino-Horn. Server-Pause in 10 Minuten, ne? Doch kurz bevor es überhaupt zur Pause kam, hat der Hitoku wieder Probleme mit einem Death-Warn. Der ist viel, die sind viel zu schnell. Du kommst ja echt nicht weg von. Du kommst, du kommst richtig schlecht von denen weg. Der fliegt da jetzt rum! Ich bin mit Jhin nur von denen weggekommen, weil Jhin zurückgeblieben ist und der die Agro übernommen hat. Der fliegt einfach! Der fliegt! Das ist einfach ein Flying-Wurm. Ja. 1.000% der fliegt. Ja, wahrscheinlich, oder? Nein! Ihr müsst mich kurz unten abholen. Mit was soll ich dich bitte abholen? Mit einem Porkopter dann. So, welche Richtung du bist, du? Wir haben drei Minuten. Ich bin eigentlich unter dem Berg. Auf der 20er-Linie rechts. Da einige Tribes, die sich angemeldet hatten, nicht erschienen, beschloss das Impact-Team, Events anzurichten, wo man auch Artefakte gewinnen konnte. Wer ist 30? Es ist 20.30. Achso. Ja, it's down. Ja, okay, ja. Ich tue kurz. Fuck. Der bist, du bist gerade an mir vorbei mit dem Dings durch den Berg durchgeparachutet. Und jetzt bist du auf einmal wieder da oben in der Luft. Nach der kurzen Server-Pause ging es also weiter. Auf dieser Map schlichtweg kein Pilzholz wirklich. Ich zähl im kurzen Bullen. Red Bull. Oh, I'm starting. Ah! Ist er wieder tot. Ah! Ah! Bulle! Ah! 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 Was greift er an? Was denkst du, wer du bist? Ah, das habe ich dich! Jetzt habe ich dich so! Nein! Jetzt habe ich Red Bull ausgenockt. Schon wieder. Ich darf dir einfach nicht so nennen. Immer wenn ich sie so nenne, dann auch sie aus. Ach, das ist noch ein Bulle. Ich dachte, das wäre eine Kuh. Ach, Mann. Ey! Aber ein High Level Bulle. Ich werde grad von dem verfolgt, der fühl mich, ich fühl mich wie ein Torero! Bitte greif mich nicht an! Warum? Nein! Oh mein Gott, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Cave unter Wasser. Fick dich! Wieso hast du Repo auf dem Gewissen? Es war mitten in der Nacht, ich parachutete mit einer Fackel und plötzlich griff ich mich etwas aus dem Dunkeln an. Was auch immer es war, es brachte mein Ark zum Crashen. Oh, ich hoffe, ich bin rechtzeitig da, um wenigstens die Geburt zu sehen. Weißt du Sekunden noch? Du lebst btw noch, ne? Ich lebe? Ja, du lebst noch. Ich hab mich... Ah! Nicht mal lange! Ich hör... Wie, ich bin wieder weg. Was? Warum? Ich hab ein... Gehört und jetzt bin ich weg. Irgendwas hat mich gehauen und das knockt mich aus dem Spiel. Bin ich gleich ein... Oh! Und dann raus. Miki's Tor vom Skopius. Ehrlich? Ja, ja. Das war ein Skorpion. Das soll so richtig sein. Das hat mich auf jeden Fall zweimal aus dem Server rausgekickt. Wo bist du gestorben, Miki? Westlich. Von unserer Base. Bist du zu Fuß unterwegs oder? Ja, ich bin zu Fuß unterwegs. Wir haben ja keine Dings, Prokopter oder einen Sattel. Ich weiß jetzt nicht, wo ich gestorben bin, Alter. Das ist so behindert, weil ich war mitten am shooten. Ich seh halt nix. Du schon. Oh, warte mal kurz. Hier ist was, was mich angreifen will. Hier ist ein ausgenattes Polovia. Junge, warum verfolgt mich ein fucking Onyx? Und ein Polovia? Er will nicht. Ah, zu wild. Okay. Ich zeig... Oh mein Gott, Alter. Memo, er will nicht. Warte, ich komm, wo bis... 35... 25, 35. Yo, Alter. Ah, die catchen ab. Also müssen wir von jedem Trap teilnehmen. Wir teilnehmen. Woll, Viking wäre genau zu uns. Let's go. Help me! Ja, wer macht von uns? Ich kann's gern machen. Jo, ich werde sterben, Alter. Und ich hab auch kein Stamina. Und die schockst du mich jetzt gleich von der Klappe. Hier ist ein Feuerpfeil oder so. Helles! Du musst erlegt. Schnell. Oder... Der ist tot. Was? What? Hier ist ein toter Player. Geil, Loot. Ah, Miki, der Leiche. Ja, das ist meine. Und ich parachute jetzt hier unten. Gerade vorbei, wenn du Richtung Viking Bay gehst. Ich zeige deine leichte Fackel in der Hand. Ja, ich hatte die auch erst so mitten in der Nacht. Die warte, wo wirst du durchgabel dich aufwitz? Riet und Viking Bay einfach genau straight runter. Ah, da ich sehe dich, sehe dich. Lange ich in irgendwelchen Bücher, die mich töten wollen. Ja, Polonia. Warte. Ich bin hinter dir. Äh, sieg einfach eh. Ich werde da mal weggehen. Äh, eh, eh, eh. Ich bin sofort tot. Ich bin drin. Ich bin wieder raus. Ich bin drin. Oh mein Gott. 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 Ich habe 21 HP. Rettung in letzter Sekunden. Oh, wirklich, Alter. Oh, Mann. Es ist immer so knapp. Kannst du absteigen theoretisch? Ne, warte, warte. Der kommt nämlich gerade. Vorsichtig. Soll ich tryn? Ähm, warte. Okay. Ich try. Take me home. Country road. Country road. Das ist das zweite Mal, dass ich so knapp sterbe, Alter. Oh, Tilo Guleo. Tilo Guleo. Ja, Tilo, alles gut. Dennoch schafften wir es, zu entkommen. Und da Hamster Level 80 war, zeigte ich ihnen eine Lootchist, die ich gefunden hatte. Ah, ich seh die Kiste, da fliegt sie. Ja, ja. Kommst du ran? Ich weiß nicht, wie ich jetzt so ran komme. Wo seid ihr hier hin? Ich glaube, ich brauche einen Parachute und dann versuche ich das in der Luft. Ja, aber die fliegt komplett in der Luft. Komm ich dran, komm ich dran. Ach so, ja. Ich bin auf die Kiste gelangen. Da ist drinnen... Rockdrake-Feder. Oh, what? Was? Oh, yeah. Also 208 Gold, T-Rex-Arm, eine Kartoffel, Cookprint. T-Rex-Arm? Was? Nein, oder? Bist du runtergefallen? Oh mein Gott, ist absolut der Betrug. Da waren 6 Items drin, ich hab 3 rausgenommen, das despawned. Was? Und ich hab nur das Gold und die Kartoffel genommen. Scheiße. Nein! Als ob wenn du die scheißen... Warte, steig auf, steig auf, davon ist noch eine Kiste. Aber die Rockdrake-Feder wär so schniekel gewesen. Ja, also so ein Archie oder so wär schon geil. What? Wo ist denn die hin? Hier hatte ich die gefunden. Sicher, genau hier. Ja, genau hier. Das war nämlich bei diesen komischen Stein-Dingsbombs. Okay, egal, aber jetzt wissen wir mal Bescheid. Dann such jetzt einfach ein bisschen Kisten. Geh so Kisten-Chests suchen. Wann ist das event jetzt? Um Viertel nach? 15 Minuten. Und da soll jetzt einer von unseren Tribes dort rüber gehen, nach Viking Bay, oder wie? Genau, wir warten einfach alle da und der Gewinner den Staumärfer ab. Derjenige, der von unseren Tribes mitmachte, war ich. Fly me to the moon. Du hast ne wunderschöne Frisur, mein Freund. Ich hab ne tolle Frisur, oder? Ja, du siehst aus wie mein Cousin. Bist du drin, PvE, ja, ne? Oh, da kommt noch jemand. Es werden immer mehr. Drei von Lelix und zwei Redner, natürlich. Lelix, wo bleibt ihr? Wir haben euch erwartet, aber ihr kommt nicht. Wir sind hier. Wir sind schon da, hallo. Ja, aber wir haben euch erwartet, dass ihr uns eingreift. Da kam nichts. Achso, sollen wir? Okay, ja, morgen. Wir sind vor deiner Tür. Ja, machen wir. War's morgen, Alter? Ihr sagtet heute. Musste ich jetzt eigentlich nackt herkommen? Ich hab nicht drauf geachtet. Nee, musstest du nicht. Besser wegrennen wir uns alle, ne? Ein Player in Flak gegen sieben Leute in, äh, make it, ne? Das Event war simpel. Ein Longbow, drei Pfeiler. Wer mehr Punkte erzielt, gewinnt. Jo, ich seh das Ding noch nicht mal von hier hinten. Ich hab keine Brille. Aber je weiter man weg ist, desto mehr Punkte kriegt man, ne? Ja. Keine Punkte. Das Problem ist, ähm, die Sonne geht gleich unter. Ist doch kein Problem. Wissen ja, wo das Ziel steht? Ich seh gleich, ich seh ja schon kaum was. Das war hoch. Boah, Zielscheibe weg. Far away. Ähm, ich seh die Zielscheibe jetzt schon nicht mehr. So besser? Nice. Du zitterst ein bisschen. Ha! Du Noob. Mach besser. Dann jetzt der Typ in Flak, der sagt dir grad, dass ich schlecht bin. Hier. Es läuft hier super. Ich treffe alles gut. Dann mach dir keine Sorgen, Mario. Junge, schieß du mal mit dem Bogen, Junge. I like that. I don't. Drüber. Immer noch drüber. What the fuck? Okay, ich schlafe. Ich mach erst mal ein Nickerchen. Und danach, wenn ich erholt bin, schieß ich nochmal. Also das Ding ist dran vorbeigeflogen. Ich hab voll weit runter geschossen eigentlich. Ja, das ist sehr kurios damit zu schießen. Viel Spaß. Bam! Oh nein, der erste Hit. Ha! Ich machs vor. 40 Punkte, 30 Meter. Leute, das Event ist jetzt vorbei. Ihr könnt alle gehen. So. Micky, erinnerst du dich an mich? Wer hat gesprochen? Ich hab gesprochen. Antikett? Guck, 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 guck nochmal dein Video. Dann... Ach, das warst du auf dem Bär? Ah. Ich hab vom Bären runtergeknüttet. Hehehehe. Ich bin jetzt ein und das ist wirklich die einzige Person, die es hat. Heftig, was? Ne, das bittest du dir nicht ein, leider Gottes. Es gab also noch zwei weitere Runden, die jeweils wer anders gewann. Verdammt. Letztendlich erzielte ich im Finale nur den zweiten Platz. Micky, du hast einen zweiten, du kriegst jetzt was ganz besonderes. Du darfst dir von mir eine Information wünschen. Zu einem Tame oder einer Ressource, die es hier auf der Map gibt. Eine Information zu einer Ressource? Da fiel mir sofort etwas ein. Diese Pilz-Dingsbums, die man für den Revenger-Dings braucht. Oh, so eine Info jetzt, das ist so... Ich weiß nicht, ob ich das Richtige habe. Einmal an unsere Seite, dass nur Micky die Information sieht. Haps. Ah, okay, okay. Lauf, mein Junge, lauf. Die Vision geht jetzt aus. Ich war aber nicht der Einzige, der diese Information wehrvoll fand. Und auf meinem alten Monitor sah ich kaum etwas in der Nacht. Er versucht mich einfach sofort zu hitten. Fack die Leute, fack die Leute! Geht weg von mir, als ob du mich jetzt jagen! Ich hab doch nichts! Was? Infos! Inside Infos! Oh, scheiße, die Sprechblases über meinen Kopf. Und ich sehe nichts, weil es dunkel ist. Sie sehen mich jetzt aber. Aber anders laufe ich in irgendwelche Viecher rein. Oh mein Gott! Jungs, ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe! Mickey, wo bist du? Äh, Viking Bay, ich werde von fünf Spielern verfolgt. Ich bin zweiter Platz im Event geworden. Ich weiß jetzt, wo wir dieses Scheiß-Wood bekommen mit dem Pilz-Dings für den Revenger. Ich wäre Tobi jetzt noch da gewesen. Hast du ein Trophäe gewonnen? Nein, 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 ich bin zweiter Platz gewesen. Wer hat Trophäe gewonnen? Ich weiß, ich glaube nicht, bei mir ist wer. Wer war erster? Wo bist du? Wie komm? Ah, Viking Bay! Wie komm! Wieder am anderen Ende der Welt! Sie greifen mich an, sie greifen mich an! Ja! Warum? Weil er PvP wieder an ist! Ja, weil Instant, Alter? Ja! Und ich habe keine Stamina mehr. Ich habe ihn ausgenommen, ich habe ein Spiel ausgenommen. Weil er das nur bekommen. Wo ist Viking Bay? Einfach den Strand. Ohne am Strand wahrscheinlich. Wo wir gesporn sind, Itoko. Ich bin gleich da. Ich weiß es nicht. Er ist ohne am Strand. Mickey, wo bist du genau? Welche Strandseite? Äh, ganz unten. Südliche Seite. Ein Spiele habe ich. Es ist halt so dunkel. Ich sehe halt nichts. Und ich wurde voll. Ich musste eine Fackel nehmen. Ja, ich habe gerade auch wieder ein Lelec-Spieler auf dem Diaby gesehen. Der ist weggerannt. Ich musste halt eine Fackel nutzen. Und dann hatte ich halt jetzt schon nichts mehr zu trinken. Ich konnte nicht mehr laufen. Also ist es unten am Dings? Dort wo der Vulkan ist? Burgstrand einfach. Burgstrand. Damit wir manchmal schon gespawnt sind. Aber ich glaube, ich bin entkommen. Er sagt Aua. Er hat es in den ausgezogen. Jetzt gehe ich da hin und dude einfach. Da, ich sehe dich. Bist du das mit der Fackel? Ja, ja. Ich bin das mit der Fackel. Er hat aber glaube ich nichts gehabt. Oh nein. Ja, der hatte nicht wirklich was. Wieso greift mich ein Frosch an? Kommst du von oben? Oh mein Gott, das ist ein Deathworm. Komm schnell rein. Komm schnell rein. Mein Känguru ist fast. Bin drin. Bin drin. Wir sind zu schwer. Was? Oh mein Gott. Was soll ich denn droppen, Alter? Hier Steine. Da, zack. Hier. Jetzt können wir. Ich habe Steine weggeschmissen. Ich bin auch gleich da. Ich bin auch gleich da. Der ist definitiv noch anders. Hast du irgendwas bekommen oder so? Ne, ne? Ja, ja, ja. Also es gab drei Runden. Ich habe die erste Runde gewonnen und in der letzten Runde bin ich halt Zweiter geworden. Beziehungsweise, ja. Zweiter. Das war mit dem Bogenschießen. Auf so ein Ziel. Äh, erster Platz hat ein Artefakt bekommen. Dritter Platz weiß nicht was bekommen haben, aber wir haben halt ne Not bekommen mit einer Info, die ich halt haben wollte. Und das, ich hab halt dann gefragt, wo wir halt dieses Holz gekriegen. Wo ist das? Ne Kiste. Lol. Lol, what? Einfach ne Kiste gefunden. Ne Feder, let's go. Yes. Oh shit, Alter. Let's go mit ihm rein. Heute, es läuft, es läuft, es läuft, Jungs. Sehr schön. Und wir wurden angegriffen. Ja, Miki, wurden wir. Ehrlich? Von der Gate aufgesprengt. Ein Tor wurde aufgesprengt, ja. Aufgesprengt, also haben die diese komischen Ratten-Dinger, ne? Ja, oder halt aufkatapultiert. Nein, nein, das war Katapult, Katapult, weil da waren zwei Dings. Das war Lelex, aber wir wissen wo die bauen. Äh, ja, die hatten, die hat vorhin, ich hab mit denen gesprochen, die meinten ihr habt zwei Zets-Foundations von denen kaputt gemacht. Oh ja. Ja, der Typ hatte einfach nur nen Bogen, ne Lederrüstung, paar Pfeile. Und ne Axt. In der Zeit, wo ich im Event war, waren die anderen nach Loot-Chests suchen. Und Base-Scouten. Also das ist die komplette Ausbeute aus einem Run. Was in den Tests drin war. Ne, warte, warte. Warte, warte. Aus einem Run. Oh, ihr habt die, äh. Ja, wir haben eine Feder und wir haben zwei Gorex-Arme. Warte, das ist jetzt ein, äh, von den Kisten, oder was? Ja, das waren ungefähr 16 Kisten, oder so. Aber es sind auch noch 2000 Gold gewesen. Die hab ich schon eingezahlt bei mir. Wir haben Schiebe, Glottel. Oh, Memo. Glottel. Darf ich den haben? Der macht auch Licht, oh mein Gott. Ne, macht er nicht. Ja, das macht fast gar nichts, aber jetzt. Ich konnte uns zwar kein Artefakt holen, I'm sorry. Wer hat die bekommen, waren das die Leleks? Das war Richie, hat die, glaub ich, bekommen auf Line-Oni. Wissen wir, wo die sind? Wir wissen, wo die Roten Ritter bauen, da weiche ich mich gerade eben. Rote Ritter, wir kommen. Ich bin, by the way, etwas enttäuscht von euch. Ich sagte 100 Subs, und jetzt sehe ich, es sind gerade mal 90. Ich weigere mich, das so stehen zu lassen. Und es kommt erst ein anderer dran, wenn ich bis zum nächsten Video sehe, dass mindestens die 100 voll sind. Sein Kanal ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Peace out. Und bis zum nächsten Mal.